Kostenvergleichsrechnung Beispiel inklusive Lösung Wie der Name Kostenvergleichsrechnung schon vermuten lässt, werden hierbei die Kosten der einzelnen Investitionsalternativen miteinander verglichen. Die Kostenvergleichsrechnung gehört zu den statischen Verfahren der Investitionsrechnung und mithilfe dieser Kostenvergleichsrechnung kann die Fragestellung beantwortet werden, welche Investitionsalternative verursacht die geringsten Kosten. Um diese Fragestellung zu beantworten, muss im Rahmen der Investitionsrechnung ein Vergleich der Gesamtkosten bzw. der Stückkosten jeder einzelnen Investitionsalternative durchgeführt werden. Die Berechnung der Kosten erfolgt unter Berücksichtigung der hier rechts angeführten Kosten, Variable Kosten, Fixkosten, Kalkulatorische Zinsen und die Kalkulatorische Abschreibung. Und während sich die Variablenkosten sowie die Fixkosten den laufenden Betriebskosten einer Investition zugeordnet werden können, zählen die kalkulatorischen Zinsen sowie die kalkulatorische Abschreibung zu den Kapitalkosten einer Investition. Und um diesen Kostenvergleich letztendlich durchführen zu können, müssen wir 5 Schritte durchführen. Im ersten Schritt müssen wir zuerst einmal die variablen Kosten berechnen, bevor wir uns dann weiter den fixen Kosten widmen und im Schritt 3 und 4 müssen wir dann noch die kalkulatorischen Zinsen sowie die kalkulatorische Abschreibung berechnen. Und zu guter Letzt müssen wir alle berechneten Kosten noch summieren und so können wir dann in weiterer Folge eben genau diesen Kostenvergleich durchführen und uns für eine Investitionsalternative entscheiden. Sehen wir uns das Ganze jetzt noch anhand eines Beispieles an, um das Ganze auch besser zu verstehen und auch mathematisch einmal berechnet zu haben. Die Aufgabenstellung lautet, Daniel Neurauter ist seit Jahren als selbstständiger Dozent und Trainer sowie als Unternehmensberater mit angeschlossener Multimedia-Agentur tätig. Leider hat das derzeitige Fahrzeug von Daniel Neurauter seinen Geist aufgegeben, weshalb eine Neuanschaffung notwendig ist, um weiterhin seiner beruflichen Tätigkeit nachgehen zu können. Es stehen zwei Fahrzeuge zur Auswahl. Für welches sollte sich Daniel Neurauter auf Basis der Kostenvergleichsrechnung entscheiden? Die Jahreskilometerleistung beträgt 30.000 km und es liegt ein Kalkulationszinssatz von 6% vor. Darüber hinaus sind noch die Anschaffungskosten als der Preis für die jeweiligen Fahrzeuge gegeben. Wir haben einmal einen Audi A4 Avant für 41.500 Euro und einen Mercedes C-Klasse Kombi für 44.000 Euro. Die Nutzungsdauer beträgt bei beiden fünf Jahren. Der Restwert des Audis nach vier Jahren beträgt 11.500 Euro und das Mercedes C-Klasse 14.000 Euro. Der Treibstoffverbrauch des Audis beträgt 6,5 Liter auf 100 km bzw. 7,5 Liter auf 100 km beim Mercedes. Der Audi, hierbei handelt es sich um einen Benziner. Dementsprechend haben wir 1,45 Euro pro Liter zu bezahlen. Und beim Mercedes haben wir einen Tisler. Hier haben wir 1,25 Euro pro Liter. Und die fixen Betriebskosten belaufen sich beim Audi auf 3.750 km bzw. auf 4.150 km beim Mercedes. Und wenn wir uns hier jetzt versuchen diese Kosten einmal zu berechnen, haben wir ja vorher bereits gehört, dass wir im ersten Schritt uns mit den Variablenkosten berechnen. Und die Variablenkosten, also auf Gesamtebene, werden einfach berechnet, indem wir die Variablenkosten pro Stück, in dem konkreten Fall wären es beispielsweise Liter, mal die Menge multiplizieren. Sehen wir uns das jetzt Schritt für Schritt an. Wir wissen, wir brauchen beim Audi pro 100 km 6,5 Liter. Und pro Jahr fahren wir 30.000 km. Das heißt, wir müssen im ersten Schritt einmal ausrechnen, wie häufig fahren wir 100 km. Und das machen wir ganz einfach, indem wir diese Jahreskilometerleistung mit 30.000 durch 100 km dividieren. Somit kommen wir dann auf ein Ergebnis von 300. Und wir wissen, wir benötigen 300 mal diese 6,5 Liter. Und dementsprechend müssen wir dann diese 300 mal die 6,5 Liter multiplizieren, wodurch sich dann der Literverbrauch pro Jahr ergibt. Und das bedeutet beim Audi, wir haben 1950 Liter pro Jahr verbraucht. Und diese 1950 Liter müssen wir dann noch im Anschluss mit dem Treibstoffpreis multiplizieren. Also wenn wir dann diese 1950 mal 1,45 multiplizieren, so ergeben sich 2827,50 Euro, welche wir für den Betrieb an Treibstoff sozusagen pro Jahr beim Audi benötigen. Und dasselbe machen wir jetzt beim Mercedes. Beim Mercedes haben wir ebenso wieder die Jahreskilometerleistung von 30.000 und 100 km, die Angabe pro 100 km der Liter. Dementsprechend eben wieder auch hier diese 30.000 dividiert durch die 100, was 300 ergibt. Und diese 300 müssen wir dann wieder mit dem Verbrauch, also mit die 7,5 Liter multiplizieren, wodurch sich dann ein Jahresverbrauch von 250 Liter pro Jahr beim Mercedes ergeben. Und diese müssen wir dann im Anschluss daran wieder mit dem Treibstoffpreis, also 1,25 Euro pro Liter Diesel multiplizieren. Und daraus ergeben sich dann wieder Treibstoffkosten in Höhe von 2182,50 pro Jahr. Und somit haben wir auch den ersten Schritt erledigt und wir haben unsere variablen Kosten für den Audi, hier die 2827,50 beziehungsweise die 2182,50 beim Mercedes. Und diese variablen Kosten merken wir uns jetzt, denn die brauchen wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Und somit können wir dann auch schon weitergehen zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt müssen wir die Fixkosten berechnen. Fixe Kosten unterscheiden sich vor allem von den variablen Kosten davon, dass diese unabhängig von der Menge entstehen. Also variable Kosten sind mengenabhängig und fixe Kosten sind unabhängig von der Menge. Und dementsprechend brauchen Sie auch hier keine großartigen komplizierten Rechnungen durchführen, da diese im Regelfall gegeben sind, beziehungsweise vorliegen. Und dann müssen Sie eigentlich nur noch schauen, welche fixen Kosten sind gegeben und diese miteinander summieren. In unserem konkreten Beispiel sind diese fixen Kosten schon fix fertig gegeben. Das sind beim Audi die 3750, beziehungsweise beim Mercedes die 4150, welche wir eben hier bereits in der Angabe vorliegen. Und auch diese fixen Kosten, also in Höhe von 357 und 4150 merken wir uns wieder für einen späteren Schritt. Somit können wir dann jetzt auch schon zum dritten Schritt gehen. Und im dritten Schritt müssen wir die kalkulatorischen Zinsen berechnen. Und die kalkulatorischen Zinsen werden berechnet, indem wir den Anschaffungswert plus den Restwert summieren und das Ergebnis daraus dann durch 2 dividieren. Und durch diesen ersten Schritt der Berechnung kommen wir auf das durchschnittlich gebundene Kapital. Sehen wir uns das zuerst einmal beim Audi an. Beim Audi haben wir einen Anschaffungswert von 41.500 und einen Rechtwert von 11.500. Und das müssen wir zuerst eben summieren und dann durch 2 dividieren, dass wir auf den Durchschnitt kommen. Und aus diesem Grund ergibt sich dann eben hier beim Audi ein durchschnittliches Kapital oder gebundenes Kapital von 26.500 Euro. Dasselbe machen wir mit dem Mercedes. Hier haben wir 44.000 Anschaffungswert und 14.000 Restwert. Auch hier wieder diese beiden miteinander summieren und dann den Durchschnitt bilden, also wiederum durch 2 dividieren. Und so kommen wir bei dem Mercedes auf ein durchschnittlich gebundenes Kapital von 29.000 Euro. Und jetzt haben wir aber erst den ersten Teil dieser Formel hier verwendet. Und dieses durchschnittlich gebundene Kapital müssen wir jetzt mit dem Kalkulationszinsatz multiplizieren. Und den Kalkulationszinsatz finden wir wieder in der Angabe mit 6%. Und dementsprechend müssen wir beim Audi eben jetzt diese 26.500 mal 6 dividiert durch 100 multiplizieren. So ergeben sich dann kalkulatorische Zinsen von 1.590 Euro für den Audi. Beziehungsweise wenn wir die 29.000 durchschnittlich gebundenes Kapital beim Mercedes mit den 6 durch 100 multiplizieren. 1.740 Euro kalkulatorische Zinsen bei dem Mercedes. Aber natürlich wenn sie mathematisch etwas fortgeschrittener sind, können sie anstelle dieser 6 dividiert durch 100 auch den kürzeren Weg gehen und einfach mal 0,06 multiplizieren. Dann kommen sie auf dasselbe Ergebnis. Und auch hier, wie bereits bei den Vorhängschritten, müssen wir uns diese kalkulatorischen Zinsen wieder für einen späteren Zeitpunkt merken. Ja und somit sind wir dann auch schon beim vorletzten Schritt angelangt. Und zwar bei der Berechnung der kalkulatorischen Abschreiber. Und die kalkulatorische Abschreibung wird berechnet, indem wir den Anschaffungswert minus den Restwert durch die Nutzungsdauer dividieren. Und für alle die sich hier jetzt fragen, warum hier 5 Jahre Nutzungsdauer angegeben ist und gesetzlich gibt es beispielsweise eine andere Regelung wie in Österreich eben bei dem BKW, dass die Nutzungsdauer 8 Jahre beträgt, so ist es ganz einfach darauf zurückzuführen, dass wir uns hier in der Kostenrechnung befinden und nicht in der Buchhaltung. Und dementsprechend diese gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht berücksichtigen müssen, sondern eher den tatsächlichen Stand widerspiegeln wollen. Und rechnen wir uns diese kalkulatorische Abschreibung von den Audi bzw. den Mercedes jetzt gemeinsam aus. Wie gesagt, zuerst brauchen wir Anschaffungswert minus Restwert. Und wenn wir uns hier die Aufgabenstellung wieder anschauen, sehen wir 41.500 Anschaffungswert und 11.500 Restwert. Und wenn wir diesen Restwert eben jetzt vom Anschaffungswert beim Audi subtrahieren, kommen wir auf 30.000 Euro. Und diese 30.000 Euro müssen wir jetzt wieder durch die Nutzungsdauer dividieren, wodurch wir dann auf eine kalkulatorische Abschreibung von 6.000 Euro kommen. Und dasselbe müssen wir jetzt mit dem Mercedes wiederum machen. Wir haben 44.000 Anschaffungswert. Abzüglich der 14.000 Euro Restwert nach 5 Jahren ergibt wiederum 30.000. Durch die 5 Jahre Nutzungsdauer, somit ergeben sich auch für den Mercedes eine kalkulatorische Abschreibung von 6.000 Euro. So und jetzt haben wir einmal all unsere Kosten berechnet und somit können wir jetzt zum letzten Schritt gehen. Und im letzten Schritt müssen Sie nichts anderes mehr tun, wie die vorher berechneten Kosten addieren und dementsprechend eine Summe daraus bilden. Und wenn wir uns das hier wieder zuerst beim Audi anschauen, so haben wir beim Audi 2.827,50 Euro variable Kosten errechnet. 3.750 Euro fixe Kosten, Entschuldigung, da habe ich den Punkt vergessen. Kalkulatorische Zinsen haben wir gehabt 1.590 Euro. Und kalkulatorische Abschreibung 6.000 Euro. Und daraus ergeben sich dann Gesamtkosten pro Jahr für den Audi A4 Avant in Höhe von 14.167,50 Euro. Und genauso müssen wir beim C-Klasse Mercedes beim Kombi wieder alles summieren. Die 2.1.82,50 Euro variable Kosten, die 4.1.50 Euro fixe Kosten, die 1.740 Euro kalkulatorische Zinsen und die 6.000 Euro kalkulatorische Abschreibung. Und daraus ergeben sich Gesamtkosten pro Jahr für den Mercedes von 14.072,50 Euro. Ja und wofür sollte sich jetzt Daniel Neurauter, also in diesem konkreten Beispiel ich, sich entscheiden für den Audi A4 bzw. für den C-Klasse auf Basis der Kostenvergleichsrechnung. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Kostenvergleichsrechnung das einzige Entscheidungskriterium ist und andere qualitative Kriterien beispielsweise komplett außen vor gelassen werden, so entscheiden wir uns für jene Investitionsalternative, welche die geringsten Kosten verursacht. Und dementsprechend müssen wir eben jetzt diese 14.167,50 Euro mit den 14.072,50 Euro vergleichen. Und was hat weniger Kosten? Weniger Kosten verursacht der Mercedes C-Klasse Kombi mit den 14.072,50 Euro. Und dementsprechend sollte sich Daniel Neurauter für den Mercedes C-Klasse Kombi entscheiden.